So. Mal wieder Sandbank. Mal gucken, wie wir hier es schaffen. Wir sind wieder da. Autsch, 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 Autsch. Ist schon mal schlecht hier mit diesen Obendingens da. Ach, der ist dahinter! Scheiße! Ah shit, er hat daneben gerotzt. Okay, komm! Yes, hab ihn! Vorsicht, da ist der andere! Nein! Yes, ich hab ihn! Oh! Ach da, boah! Puh! Ich konnte es jetzt nicht genau beschreiben, weil das ein bisschen schlecht ist, wenn ich sage, da bei der Absperrung! Ah, da vorne sind sie alle, okay. Ah shit! Ich hätte sie mit Nasher nehmen sollen, ich blöde Bremse! Scheiße! Ich hätte die Hammerbörse draußen! Scheiße! Ah, bin ich gescheuert! Ich bin wirklich schön vollkommen komplett behindert! Ah, wieso dahin schlendert sie ein Anja? Angel! Was machst du denn? Jetzt nimmt sie die Rauchgranate! Oh, der hat's mit zwei Anjas zu tun, der Arme! Was macht sie denn? Ist er jetzt down oder was? Hallo? Ja, er ist da. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt steht er wieder. Was macht sie? Hallo? Ist... Jetzt krieg's! Was ist das denn? Jetzt läuft sie weg! Die hätte den schon längst killen können. Jetzt laufen sie auf die andere Seite. Nein, das kann doch nicht sein, oder? Jetzt laufen sie auf... Nein, die haben nur Powerwaffen! Ach komm! Was, der hat die Boomshot, boah! Ja, der hat die Boomshot und jetzt die Boltock und alles. Was macht denn der Savage... Also, nee! Die Bots! Und da fragen sich die Leute, warum ich so gerne gegen die Bots spiele. Die sind einfach so richtig schön geistig krank. Jetzt sprengt sich die andere bestimmt selber. Komm, 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 spreng dich selber. Ja. Nein, ach komm, jetzt hat sie schon wieder die Waffe gewechselt. Okay, die andere, die wischt im Boden. Das ist der Wischkrenadier. Nicht getroffen, Anja. Jetzt hat sie getroffen. Eieieiei. Du musst Hocktail sagen, das Headset ist verreckt. Du hast zu laut gelacht. Hallo. Willkommen zurück. Danke. Die Boss sind so lustig. Auweiii. Das mit der Boomshot am Schluss war jetzt lustig. Ja. Er exekutiert die eine Anja noch und die andere knallt ihn weg. So, ich glaub, oben müssen wir aufpassen. War der jetzt hier? Ja. Gut. Warte, ich hol schnell den Scorcher. Was sind denn die auch da unten drin? Ich versuch mich da mal vorzukämpfen. Ich hab ihn. Yes. Ich hab ihn. Vorsicht, da ist noch eine Anja. Okay. Shit. Oh Gott. Nein, ah, sie fickt mich sonst. Ah, scheiße. Die Anjas, die sind echt unmöglich. Bleib, äh, greif du an. Greif du an. Ach komm. Ach komm mit ihrer scheiß Lupara. Warte mal. Ah ne, shit. Jetzt läufst du auch um die ganze Map, so wie die vorhin, oder? Genau. So. Oh, wie süß zusammengebrochen ist. Ja, die hat nicht damit gerechnet, dass sie jetzt hier kommt. Die hat doch irgendwie die Waffe gewechselt und so. Da dachte ich mir, komm, das ist jetzt die Gelegenheit, bevor ich da jetzt noch ein Stand-Off mache mit, äh, dessen Abpistole. Und dann schau ich, ob's hier mal down geht, eventuell, dieses Jahr noch oder nächstes Jahr oder irgendwie so. Deswegen, ne. Das war mir jetzt einfach irgendwie zu blöd. Wär ich lieber noch drauf gegangen, ganz ehrlich gesagt. Bevor ich's gar nicht versucht hätte. Oh, fuck! Da ist halt andere! Ah! Scheiße! Dankeschön! Boah, voll im Lancerdower-Feuer gefangen. Oh, die scheiß Rauchgranaten. Diese blöde Rauchgranaten. Ach, jetzt hört doch mal auf mit den scheiß Rauchgranaten. Shit! Nein, nein, nein! Der ist schon, der ist schon rumgelaufen. Warte mal ganz kurz. Vorsicht, lass die Anja zwei! Jetzt geht die da auch hin, jetzt könntest du sie vielleicht angreifen. Nein, nein, nein! Nimm dir, wenn du die Gnäschen hast. Hier sind wir gleich. Ah, gut. Ich hab das schon. Okay. So, jetzt sind noch zwei Coles übrig. Einer ist unten bei den Brandgranaten und der andere ist... irgendwo. Da unten, da unten, da unten ist er gleich. Vorne geradeaus bei dem Rondelldingens oder was auch immer das sein soll. Das ist Coles II. Oh, der andere... Oh, scheiße, der hat die Boomshot. So, jetzt kommen sie beide dann da in die Mitte. Der andere hat die Boomshot, gell? Vorsicht! Wir kommen jetzt auch gleich zu nem Rondell. Die sind jetzt beide da. Ich weiß nicht, der Lancer zu mir hat. Der andere Coles, der marschiert direkt... Oh, nice! Sehr super! Der andere, der tanzt auf einer Stelle, der ist da nach rechts gegangen und ist da bei der Palme. Jetzt hat er die Säge kurz gehoben. Hier gibt's viele Palmen. Ah, da ist das. Hier, der geradeaus bei dem Rondell. Ich hab jetzt gesagt, die sind da. Nimm die Gnäschen! Ja, hab ich schon, aber der... Nein, ich wollt ihn mehr entschicken, der war zu schnell jetzt. Hm. Shit. Ah, wir haben trotzdem gewonnen. Ah, wir haben's trotzdem. Super. Dann passt der eh! War das schon die zweite Map? Ne, ne? Die erste war das jetzt, oder? Weiß es nicht. Ich nehm einfach noch eine auf. Was war die letzte? Ähm. Vor Trocken... Äh, nach Trockendock. Äh. Ja, vergiss es. Ist auch egal, spielen wir einfach noch eine Map. Was ist denn heute mit meinem Gehirn los? Total schlimm. Hast du sehr gut gemacht übrigens, Herr Barbas. Danke. Bitte schön. Ich bin immer noch irgendwie so auf König des Hügels gedrillt, dass ich irgendwie auch nicht gescheit aufpasse und so. Ich hab schon viel zu lange nicht mehr Wingman gespielt. Ja. Er sie ist so lange her. Mhm. Die schießen gleich von da hinten, hierher. Verstebenzeit. Da kommt einer. Savage Grenadier. Ich hab den Downing gehabt. Oh, du siehst. Sau, du dumme. Komm schon. Yeah. Ey. Ah, Schiss. Der ist ja der Wolfgang. Komm mal ab da. Sehr schön. Nice, sehr nice. Schön in ein Sandwich gepackt. Der andere ist da vorne, der Cole. Ja, au, au. Da bei den Treppen. Da unten. Ja, ich hab ihn einfach markieren wollen für den. Dankeschön. Super. Boah. Danke. Du gehst da so cool durch, Mensch. Ich beneide dich. Hehehe. Hehehe. Sehr gut. Hehehe. Aber trotzdem sind wir ein super Team. Ich mein, gut, das sind wir sowieso immer, aber ich mein bloß. Flüssig. Geh mal so super werfen. Er ist down. Ich... Geh hin. Hab ihn. Soll ich zu dir kommen? Und dann die Boomshot runter. Boomshot, ja. Ah, shit. Ach, kackend. Er ist wieder aufgestanden. Scheiße. Ich hab den einen... Ah, er war down. Die Verblutungszeit ist viel zu kurz. Vorsicht, warte, die sind da vorne und dann links. Die sind geradeaus und dann rechts. Aber ich denke, dass wir auf den Sekunden immer eingestellt haben. Irgendwie kommen die sofort wieder hoch. Du hast keine Zeit. Ja genau, da links geradeaus. Ja. Nice. Juhu. Da ist der andere. Nice! Supi! Einer noch. Ne, zwei noch. Ne, zwei. Der Griffin hat jetzt die... Der sniped? Warte mal. Warte, 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 warte. Wo ist der? Brandgranaten hat er aufgehoben. Genau. Griffin kommt jetzt gleich da von den Brandgranaten. Da ist er. Nice. Sehr geil. Okay, jetzt suche ich nur schnell nach dem anderen. Der hat gesniped. Der müsste noch hier hocken. Ne, 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 ne. Warte. Ähm. Hallo, wo ist denn der? Hat jetzt auch keine Waffen aufgehoben und nix, ne? Da vorne. Ähm. Jetzt geht er dahin, wo die Brandgranaten sind. Oh, okay. Da ist er davor stehen geblieben. Der ist ja nicht direkt hingegangen, sondern der ist noch bei den Treppen. Genau, da ist er. Ja. Ja. Das war sein Fehler, dass er die Granaten holte. Guck mal, Locust greift Locust'n' Arm aus. Bei mir gibt's Erdbeben. Cool. Sehr cool. Sehr cool. Supi, hast du's gemacht, Mensch. Richtig geil. Danke. Jetzt hat's auch noch mit mir geklingelt. Jetzt kommt die Essen. Hab's gehört. Dann mach ich hier noch ein Pleißlein, ne? Bis gleich.